So, ah, falsche Richtung. Mann, wie viele Team sind hier denn noch? Hi! Hi! Lärft ein bisschen mehr, läuft ein bisschen mehr, läuft ein bisschen mehr, genau. Und stirbt. Okay, was liegt da? Aha! Toll. Ich hab's. Toll. Bin begeistert. Okay, was geht hier ab? Neue Wetterröhn. Neue Wetterröhn. Neue Wetterröhn. Neue Wetterröhn. Neue Wetterröhn. Ist schon wieder aus? Nein, geht noch. Achso, der geht wirklich so lange. Okay. Ehh, auf den Händen kümmern rein und schütt den Händen. Neue Wetterröhn. Repariert Nachher werde ich danach so Sachen wie Reaktion und Kraft zaubern Aber da müssen wir erst Meister sein, dass die auf die ganze Gruppe wirken Das bin ich noch nicht Meister in magischen Sachen, das ist glaube ich erst ab Level 12 Ich glaube ich Ich bin mir echt nicht mehr sicher Nichts Okay Eine Tür haben wir noch Na ja klar Was ist das denn auch los sein soll Okay Wer kommt das erste Mal her, du Veteran Na dann komm Komm zu Papa Komm zu Papa Stil Meins Muss man dich wieder in den gelben Bereich bringen So Was haben wir noch Und noch ein Kämpfer Okay, das geht Das heißt hier ist nichts Das ist doch eindeutig ein Schrank Naja egal Okay Okay Bevor ich jetzt in den Hauptraum da reingehe Erstmal ne Runde schlafen Okay Wieder mit meinem Zaubern voll buffen Okay 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 Wir fahren Und sie fliegt von alle Fakinge Gut Was ist mit dir? Was ist leer Was ist leer? Was ist leer? Schön Hier ist sonst nichts mehr Okay Kurz sichern Wow Aber auch nicht die Schleuzeuge entlösen Ich bin in dem Fall nicht Ich bin in dem Fall nicht Ich will nicht, dass er mich krank macht Oh Wieder meine Zauberausbildung Die sind grün Oh Was ist das? Scheiße Was ist das? Oh 5 Geschwindigkeit plus Geschick Das kriegst du Was hast du hier? 5 Ausdauer Das kriegst du Meins Meins Was haben wir hier? Na Geld Nimm du Okay Aber egal Ich hab's Nichts Ich hab's Gold, 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 Gold Meins, Meins, Meins Stärke Da bekommst du Du hast zwar schon zu viele Ringe Aber egal Ah Lass mal sehen Das können wir das austauschen Stärke 6 Karasmus 7 Karasmus 3 Stärke 5 Ich weiß es nicht Bekommst du den hier Ah Du bekommst Stärke dazu Aha Okay Weiter geht's Habe ich jetzt den Knopf gedrückt? Nein Hebel Jetzt muss eine Tür aufgegangen sein Erstmal Erstmal Hopp Und gleich nochmal Hopp Ja Schön Ich steh auf diesen Server Okay Mal sehen was sich jetzt geändert hat Ah, hier ist offen Angriff! Oh Rückzug 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 Ja Ich weiß es sind schon wieder Sachen kaputt Repariert Repariert Immer auf die Waffen Fick Fick Aber ich stehe an der Wand Das ist nicht gut Mit dem Rücken zum Anstehen Das ist nicht gut Okay, kommst du raus? Ja, komm erstmal nur Duras Genau Das ist eine gute Idee Das war einfach Was bist du? Komm Weg mit dir Auch eine Runde heilen Was ist denn hier? Ist hier auch auf? Nein Da muss ich zuerst da runter Das ist dunkel Oh hallo Einer Zwei Drei Ganz toll Okay Das ist mal ein bisschen Fernangegriff Oh, halt im Turm ist aus! Nein! Okay, einer ist erledigt Fäden auf zwei Den kämpfen wir hier aber vielleicht machen vorher Von mir Waaaaaah Mann Na wenig sind das nicht gerade Danke Repariert Bloody hell Okay Aha Stirb Ja, wenn ich den jetzt drücke werden Gegners Oh, sie sind schon da Ratten Okay, mach mal auf hier Okay Wieso gehst du noch nicht hier auf? Was ist denn da so zu tun? Keine Ahnung was das zu tun war Nur Kämpfer? Nur Kämpfer? Ja Niedlich Okay, hier ist nichts Hier ist nichts Also theoretisch sollte jetzt die Tür offen sein Und hier ist offen Oh wow Wollt ihr nicht rauskommen? Ah einer kommt schon Ein paar kommen schon Ganz ruhig Ganz ruhig, ganz ruhig Leute Oh shit Oh, drei! Fuck, 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 fuck Oh shit, shit Okay, das sind viele Ah Ah